Ein Traum wurde wahr. Das Miniatur Wunderland war Außenwette bei Wetten, dass. Jahrelang haben wir auf diese Chance gehofft. Bei der Wetten, dass Weihnachtssendung am 5. Dezember 2009 war es dann soweit. Unsere 1200 Quadratmeter große Anlage wurde in nur zwei Tagen von dem ZDF in ein voll ausgestattetes Fernsehstudio verwandelt. Dafür mussten wir das erste Mal in unserer neunjährigen Geschichte die Türen für die Gäste schließen. Mit sieben Kameras waren wir live mit dem Wettkönig Jürgen Seliger in der Bremer AWD-Halle verbunden. Nur für die Sendung wurden insgesamt drei Kilometer Kabel verlegt und ca. 80 Scheinwerfer aufgehängt. Der 37-jährige Kaufmann aus Kempten musste sich das gesamte Miniatur Wunderland einprägen und etliche Details genau ihren Standorten zuordnen. Erschwert wurde diese ohnehin schon gigantische Herausforderung noch dadurch, dass der Wettkandidat von Bremen aus die Kameras per Live-Übertragung an die richtigen Orte durch das Wunderland führen sollte. Dort, wo sonst die Klimaanlage bei über 200.000 Figuren und tausenden Gebäuden im Miniaturformat für frische Luft sorgt, wurde eine Schienenspeedcam eingebaut. Diese ermöglichte einen grenzenlosen Rundflug durch das Wunderland. Zahlreiche weitere Kameras dienten zur Unterstützung bei der Suche der Motive. Aus tausend Motiven, die im Publikum verteilt wurden, hatte Thomas Gottschalk fünf ausgewählt, vier davon musste Seliger finden. Ohne einmal daneben zu liegen, meisterte er die Aufgabe mit Bravour. Das wurde auch von den Menschen vor den Fernsehern belohnt. Mit insgesamt 67% der Stimmen haben sich die Zuschauer klar für das Allgäuer Superhirn ausgesprochen und ihn zum Wettkönig gewählt. Dieses ist eines der fünf besten Wettergebnisse, die in der schon fast 30-jährigen Geschichte von Wetten, dass erzielt wurden. Vom Kabelchaos im Wunderland war übrigens am nächsten Tag schon nichts mehr zu sehen. Da wir frühmorgens wieder unsere Türen für die Besucher öffneten. Natürlich haben wir es uns nicht entgehen lassen, unserem Wettkandidaten ein paar Fragen zu stellen. Zum Beispiel, wie es für ihn ist, wieder ins Wunderland zu kommen. Für mich ist es sehr schön, wieder ins Wunderland zu kommen. Ich komme ja zurück zu Freunden. Es war sehr schön hier während der Lernphase. Und deswegen war für mich klar, dass ich immer wieder ins Wunderland kommen werde. Ich bin auch der Motive nicht überdrüssig und werde es ja alle mit Sicherheit nochmal suchen. Also für mich bleibt es Wunderland in schöner Erinnerung. Und wie hat es sich angefühlt, Wettkönig zu werden? Also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, während der ganzen Zeit nicht, dass ich Sieger überhaupt werde. Mir war wichtig, die Wette zu gewinnen. Und alles andere war überhaupt kein Thema. Also ich habe auch nicht mit dem Auto gerechnet und kann es auch jetzt noch nicht realisieren. Es ist wohl so, es hat sehr vielen Leuten Spaß gemacht, was mich besonders freut. Und es war sehr aufregend danach. Wir waren auf der Aftershow-Party, haben die ganzen Leute nochmal getroffen. Sehr viele Glückwünsche, sehr viele Fotos. Also es war sehr spaßig. Es hat sich schön angefühlt. Wie war das Zusammentreffen mit Michelle Hunziker? Man glaubt es kaum. Sie interessiert sich für Modellbahn. Sie hat sogar eine eigene Modellbahn gehabt. Ich habe mich auch sofort angeboten, ihr bei der Modellbahn zu helfen. Aber das war dann kein Thema mehr. Und sie wird auch das Wunderland mal besuchen. Also ich kann allen nur raten, in Zukunft die Augen offen zu halten. Ich denke, sie wird hier mal herkommen. Wie hast du es geschafft, dir diese riesige Anzahl an Details zu merken? Wie ich gelernt habe, und zwar habe ich mir eine Reise vorgestellt. Und es gibt im Hamburger Teil eine Kleingartenanlage. Da gibt es eine Pferdepolizistin, wahrscheinlich aus dem Großstadtrevier. Die sitzt auf dem Pferd und steht mittendrin in der Kleingartenanlage. Und weiter links gibt es dann eine Poolparty mit drei Leuten drin. Es steht aber nur ein Paar Schuhe vor dieser Poolparty. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, was die Polizistin da macht. Ganz klar, sie klärt den Diebstahl der restlichen Schuhe auf. Und so konnte ich mir die Motive in einer Reihenfolge merken, indem es immer wieder eine andere Geschichte gab. Dann wollen wir ihn mal testen. Der müsste im Harz sein. Da gibt es eine Weide und da stehen haufenweise Stiere drauf. Und da steht dieser Polizist mittendrin. Dann gehen wir hin. Ah, Quatsch. Der ist in Knuffingen. So, da steht der Kollege. Bulle unter Bullen. Abschnitt Amerika. Und zwar steht der auf dem Bahnsteig in den Everglades. Mit dem Vogel vorne dran. Mit diesem seltsamen Vogel. Ich bin mir nicht sicher, was es für einer ist. Es sind beides schräge Vögel. Die suchen wir jetzt. So, hier sind die beiden schrägen Vögel am Bahnsteig in den Everglades. Das sind die dicken Zwillinge in Skandinavien. Die sind beim Schleusenwärter. Ich würde sagen, rechts vom Schleusenwärter. Wir gehen mal nach Skandinavien. Und hier sind die dicken Zwillinge von Skandinavien. Die stehen hier rechts vom Schleusenwärter, der hier oben fleißig guckt. Und da unten stehen die beiden Zwillinge. Erkennbar an der roten Krawatte. Das ist unser Mafia-Killer und der steht auf dem Chibo-Haus in Hamburg. Und da gehen wir jetzt hin. So wie wir sehen, sehen wir nichts. Wir sehen das Motiv natürlich nicht, weil es jetzt dunkel ist. Also warten wir noch einen Augenblick, bis es wieder hell ist. Dann sehen wir das Motiv. So, jetzt schlendern wir spielerisch an einem meiner Lieblingsmotive vorbei, nämlich dem kleinen grünen Schiff in der Speicherstadt. Wir gehen rüber zum Chibo-Haus und gucken mal im Chibo-Haus oben aufs Dach, wer da steht. Der Mafia-Killer. Sehr gut. Und zuletzt noch, wirst du uns wieder besuchen kommen? Natürlich komme ich wieder ins Wunderland, gar keine Frage. Ich möchte meine alten Kumpels wieder besuchen. Zum Beispiel meinen Freund James Dean hier unten, der sich ja immer noch an die Türe lehnt. Den werde ich schon wieder besuchen. Ich möchte meine alten Kumpels wieder besuchen.